PEGI 18 PEGI 18 Welt in Empfängen einer blutigen Revolution. Überall herrscht Anarchie. Von der Spitze Notre-Dames betrachtet Arnaud, unser Held, die Szenerie. Begeben wir uns nun mit Hilfe des kontrollierten Abstiegs nach unten, einem neuen Navigationsfeature in ACU. Wir haben die Navigation im Spiel komplett überarbeitet, damit der Spieler genau bestimmen kann, wohin er möchte. Kurz gesagt, sie müssen nicht mehr nach einem Heuhaufen suchen, wenn sie runter auf die Straße möchten. Eine riesige Menschenmenge hat sich vor Notre-Dame versammelt, weil Geistliche aus der Kirche gezerrt werden. Sie können entscheiden, ob sie sich einmischen oder nicht, Geistliche retten und Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder zusehen, wie sie getötet werden und unerkannt bleiben. Sie haben die Wahl. Wie Sie sehen, ist die Stadt sehr lebendig. Die Einwohner gehen ihren Geschäften nach, werden ausgeraubt oder lassen sich von ungewöhnlichen Ereignissen ablenken. Als Spieler müssen sie lernen, Menschenmengen richtig zu lesen, um mögliche Spielaktivitäten zu entdecken. Zum Beispiel die Gruppe, die in ein Gebäude hineinspäht. Sie ist neugierig. Hier gab es kürzlich einen Mord. Ein Startpunkt für eine unserer rätselhafter Mord-Missionen. Werfen wir jetzt einen Blick in das Haus. Zum ersten Mal unterbrechungsfrei. Wir fügen diese Mission unserer Liste hinzu und gehen weiter Richtung Ziel. Denken Sie daran, Paris befindet sich mitten in der Revolution und jeden Moment kann es zu Straßenkämpfen kommen. Wie man sieht, wehrt sich das Volk hier gegen die Aggressoren, die feindliche Fraktion in ACU. Mischen wir uns erstmal nicht ein. Wir müssen einen Templer schnappen. Unser Ziel ist in einem Gesellschaftsklub, einem neuen Typ von Interaktionsort in ACU. Wir müssen irgendwie hinein. Probieren wir es erstmal direkt. Kämpfen ist in ACU wesentlich anspruchsvoller und sie müssen ihr ganzes Geschick, ihre Geräte und neue Kampftechniken einsetzen. Davon sehen wir jetzt Parieren, Ausreichen, Rahmen und schwerer Angriff. Und mithilfe dieser Mittel wollen wir den Kampf gewinnen. Wir sind aber noch nicht fertig. Mal sehen, was drin auf uns wartet. Viele Pariser Gebäude lassen sich übergangslos betreten, was viele neue Spielsituationen möglich macht. Im zweiten Stock sind noch weitere Gegner. Wechseln wir zum Schleichen und versuchen es mit einer nicht tödlichen Herangehensweise. Zum ersten Mal in Assassin's Creed haben wir einen speziellen Schleichmodus, der per Knopfdruck aktiviert wird. Im Schleichmodus sind sie schwerer zu entdecken und können Gegner umgehen, indem sie von Deckung zu Deckung huschen. Unser Ziel versteckt sich im dritten Stock. Gehen wir hoch. Es war nicht ich. Ich bin nicht der Mann, du bist. Wo ist er? Bei der Justiz. Die Exekutungen. Gut. Du solltest diesen Ort verlassen. Wie es scheint, ist unser Ziel nicht hier. Begeben wir uns zum Palais de Justiz und spüren ihn auf. Die Skaline von Paris und der 1 zu 1 Maßstab der Stadt verleihen der Navigation im Spiel ein völlig neues Gefühl. Um dem Assassinen auf Dächern einen Vorteil zu verschaffen, haben wir das Feature Hochebene eingeführt. So erkennen wir schnell die Spielmöglichkeiten um uns herum, während wir uns fortbewegen. Tavernen sind gesellschaftliche Sammelpunkte, die ihnen eine Reihe von Möglichkeiten bieten. Sie können Dinge kaufen oder zu Koop-Missionen hinzustoßen. Nahrung wurde zu diesem Zeitpunkt der Revolution langsam knapp. Und diese Leute streiten wegen des Getreides. Wir könnten uns einmischen. Für heute gehen wir aber erstmal weiter. Die Straße wird von Aggressoren blockiert, der gegnerischen Fraktion. Wir können sie nicht bekämpfen, das würde die Protektoren anlocken. Und wir sind noch nicht stark genug, sie zurückzudrängen. Wir gehen ihnen vorerst aus dem Weg, indem wir an dieser Wand entlang klettern. Die Menschenansammlung will der öffentlichen Exekution durch die Guillotine beiwohnen. Um unser Ziel zu finden, müssen wir das Adlerauge verwenden. Eine im Moment zeitlich begrenzte Fähigkeit, denn wir haben ihre volle Kraft noch nicht freigeschaltet. Unser Ziel, Kapitän Savier, bahnt sich seinen Weg zur Guillotine, um mit der Hinrichtung zu beginnen. Als Assassinen sind wir in der Menge unsichtbar. Wir haben viele Möglichkeiten, um unser Ziel auszuschalten. Wir können die Phantomklinge einsetzen, eine neue Assassinenwaffe oder eine Betäubungsbombe, um unsere neuen Verhüllungsfähigkeiten zu erproben und ganz nah an ihn heranzukommen. Wir machen daraus eine Warnung an die Templer und gestalten diese Hinrichtung so öffentlich wie möglich. Los Angeles! Solid, 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 ohne Walter Weig! Let justice be served upon this stage with dignity! Speed here, this fallen man, this unorval animal, this sourd of public discord! Wretched and false friend of the League of France, wicked and deceitful, here you paid your debt, the debt you paid by your witless life, here I witness you, I'm cut! Stop that bastard! Wretched and false friend of the League of Legends